Boah, nein, geh weg! Ich hänge fest im Zelt! Willkommen bei den Alten Herren bei Episode 200. Hallo! 200, ey, Wahnsinn. Schon vor allen Dingen. Ja, unser zweites Jubiläum. Das nach noch nicht mal einem Jahr. Ja, genau. Okay, wie ihr seht, sind wir woanders und sehen auch anders aus. Wir haben nämlich mal die Zeit genutzt zwischen 199 und 200 und haben uns ein wenig ausgerüstet. Haben uns dann am Nord-West-Airfield getroffen. Genau, da waren wir nämlich schon ewig nicht mehr. Ein Gefühl der Ewigkeit. Du bist eine Frau, ne? Ja, schon seit ein paar Folgen. Ja, ich habe dich schon seit ein paar Folgen nicht mehr gesehen. Ja, ich habe, ähm, ungelogen bestimmt zehnmal das Airfield abgeklappert auf verschiedenen Servern und ich habe keine Waffe gefunden. Die Sporter 22, die ich hier habe, die habe ich gleich am Spawnpunkt am Meer gefunden. Und, ähm, es ist die einzige, einziges Gewehr, was ich gefunden habe in der ganzen Zeit. Wollen wir uns gleich auf die Suche begeben? Ja, dafür habe ich Unmengen an Magazinen und Essen und ich habe Handgranaten gefunden, Leute. Schaut euch das mal an. Ich gehe mal zur Seite, er hat Handgranaten. Und einen Flashbang. Keine Ahnung, wo die herkommt. Wahrscheinlich auch aus Russland. Ne, US-Patent, okay. Amerikanische. Immerhin. Ja, und Magazine für die AK und so. Also wäre schon toll, wenn wir, ähm, einen AK oder einen M4 finden, weil ich habe echt alles. Okay. Ja, gehen wir gleich mal zum... Hast gleich die Feuerwache. Feuerwache, gute Idee. Ja, 200 die Folgen, 200 Folgen, 200... Ich habe gerade vergessen, was ich sagen wollte. Das ist schön, ey. Fängt gut an. Ja, wir haben viel erlebt in den 200 Folgen. Auch seit der letzten 100. Folge ist viel passiert. Warte, sei mal vorsichtig hier. Ich will nicht, dass wir jetzt in den ersten 5 Minuten schon wieder sterben und am Strand scoren. Ja, das ist doch schon mal eine gute, gut zweiteste Episode, wenn wir alle mal gleich drauf gehen. Ja. Wir müssen den Hintereingang checken. Ja. Was ist dir denn so in den 200 Folgen, äh, von diesen Verwahrern? Ich gehe oben rum. Folgen... Oh, ihr hattet schon mal alles offen? Ach, das ist auch kein oben rum. Hängen geblieben. Jetzt hat das Gewehrback. Ja, aber wie war da eine Frage nochmal? Ich habe es wieder vergessen und noch gar nicht zuhört. Ja, was ist hier denn so aus diesen letzten vielen Folgen, Episoden hängen geblieben? Ähm, tausendmal Respawn, wegen scheiß Zombies. Ja, das stimmt. Den gab es tausendmal. Hier liegt eine Gorka-Jacke, wenn du brauchst. Militäruniform. Oben? Ne, direkt hier bei den Spinden unten im Erdgeschoss. Oh, ein Suing-Kit, das nehme ich mit. Jetzt mal gerade nach oben. Ein neuer Helm, wenn du brauchst. Oh, nee, 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 nee. Was ist das? 1911, Colt. Achso, wenn ihr euch übrigens fragt, was ich für einen geilen Helm aufhabe. Ein Gorka-E-M-Li-Terry-Helm. Mit Visor. Das Ding sieht aus wie ein Riot-Helm. Und der sieht richtig fies aus. Mit fetten Schrauben drin und so. Wenn du Feuerlöscher vorbei, was ist denn das? Mit einem Zombie? Ich hoffe, es sind nur zwei, die da stehen. Hier oben ist auch eine Spide. Wunderbar. Ja, was mir hängen geblieben ist, also was mich wirklich zum Verzweifeln gebracht hat, viele, viele, viele Folgen lang war dieser Fresh Respawn am Strandback. Ja. Den hatte ich ja so oft und es war auch überhaupt nicht mehr lustig. Den hatte ich ja jetzt auch ab und zu mal und ich kann dich da voll verstehen. Das macht keinen Spaß. Ja. Drücken ab und zu. Ich habe jetzt gerade mal hier diese Kiste voll gemacht. Habe ich da ein paar Spots frei. Den hatte ich ja noch ein bisschen öfter und das war echt nicht mehr schön. Wir lassen uns mal schnell zum Affield Tower. Kommt hinter dir? Jetzt habe ich ihn hinter mir. Und was mir echt aufgefallen ist in letzter Zeit, er hat ja viele Updates gemacht. Ähm, das mit der Temperatur, mit dem Kaltwerden und die scheiß Zombies und so. Und was mich da am meisten stört, ist tatsächlich das mit der Temperatur. Ihr habt es ja alle in der letzten Folge gesehen, wo ich durch angebliche Kälte gestorben bin. Das war nicht schön. Oh, eine Makarov? Brauchst du eine Makarov? Ja, warte mal. Nee. Das ist die kleinste Pistole in Daisy, zumindest in der Mott. Ich habe die CZ-75. Nein, das machst du. Ah, okay. Ja, was auch lustig war, weil die tolle Big-Film der Zombies, die kamen ja durch Wände durch, durch alles drum und dran. Hör auf, ey. Ja, das war auch nicht gerade schön. Die haben dich mit dem Rücken angeguckt und haben dich erschlagen. Also es sind noch so einige Dinge, die haben echt genervt und die nerven teilweise immer noch. Ja. Es hat ja nichts geändert. Gerade wenn sie durch Wände schlagen. Kommt hinterher. Ah, das war immer ganz, ganz gemein. Hä, hast du den nie erschossen oder was? Ich habe gar nichts gehört. Ich habe den mit der Axt erschlagen. Ich mache hier keinen Lärm. Walking Dead-Style. Ja. Ah. So, dann lass uns mal links zur Baracke, oder? Links, gut. Schön, aber. Ich muss schon ein Euglein offen halten. So, und da lang. Du hast zuletzt... Ehe, nicht mehr. Ja. Oder was auch immer ganz toll war. Wir haben immer auf das große Update mit Fahrzeugen. Und allem drum und dran gewartet. Und was kam? Das Lagerfeuer. Hm. Und Jagd. Und Erfrieren. Ja gut, aber... Ach stimmt, hier sind wir schon bei dem großen Ding. Hier sind die Türen zu. Ein bisschen Angst. Okay, ist leer. Also, kein Spieler drin, aber ein paar Dosen Coke. Wohl, genau diese Szene fällt mir gerade ein. Wir sind hier hochgegangen in einer Folge. Haben uns gerade genauso positioniert. Da kommt einer rein. Und ehe wir reagieren können, waren wir auch schon weg vom Fenster. Oh, hier. Moos, den Munition brauchst du? Die nehme ich gerne. Hier ist auch eine Pristine-TTKSO-Jacke, wenn du brauchst. Die sogar. Ja, dann tausche ich doch mal gleich. Lass dich immer raus, wenn du hier lootest. Ähm, du musst jetzt gerade warten. Ah, ich will hier raus! Tö. Na? Dann trink ich jetzt mal ein Bier. Ja, nehmt die Munition. Oh, Bug oder sowas nimmt die Munition. Na, na, na. Entweder ist das Spiel gleich ab. Der Server ist wahrscheinlich hängen geblieben. Ich hab kein Receiving. Ich hab zwar kein... Ich hab zwar nicht die Message, aber Sachen, die ich möchte, verschieben sich nicht mehr. Ja, wunderbar, ne? Aber noch keine Meldung. Ja, kommt gleich. Denkt das sich auch wieder? Dann können wir erst mal ein paar Statistiken machen, oder? Ja, mach doch mal ein paar Statistiken. Also wir haben das schon schon in Folge 100 gemacht. Ähm, ich hab das selber jetzt nochmal zusammengerechnet für Episode 1. 100 bis 199. Und zwar, ähm, haben wir 52 Stunden Video insgesamt gemacht in den 100 Episoden. Das sind im Durchschnitt 16 Minuten, 16,5 Minuten pro Folge. Also kommt ungefähr mit unseren 15 Minuten, die wir geplant hatten. Ähm, meine Datenmenge, die ich hochgeladen habe, die 100 Episoden sind 170 Gigabyte. Wow. Das sind pro Episode fast 900 Megabyte. Das ist ganz schön viel. Verdammt, das tut sich gar nichts. Ja. Ja, ähm, ach Blödsinn. Ja, 76 Gigabyte. Alle 200 Folgen zusammen sind 170 Gigabyte. So war's. Hm. Na gut. Ja, ja. Ach, ich hab Blödsinn erzählt. Ja, ey. Also das ist eine Folge, wo du ganz viel Blödsinn erzählst. Das haben wir jetzt gemerkt. Ähm, Folge 100 bis 199 sind nur 27 Stunden. Alle 200 Folgen zusammen sind 52 Stunden. So ist es nämlich richtig. Ah. So viel? Ja. Also könnt ihr mehr als zwei Tage am Stück ohne Schlaf unsere Daisy-Folgen gucken. Und das natürlich nur mal verdoppeln, wenn ihr unsere beiden Folgen guckt. Noch ein paar mehr Zahlen. Ah. Ja, Zahl. Hast du noch mehr Analystiken, Statistiken? Nö. Schönen. Meine Sachen hier wieder haben, verdammt. Ich kann nicht sagen, für Minuten und Sekunden es sind, aber das spielt ja keine Rolle. Was ich auch schön fand, war, als wir das erste Mal mit einem anderen Spieler zusammengespielt haben mit dem guten Lag. Einen schönen Gruß von uns an dich hier, falls du noch zuschaust. Das war schon echt klasse. Ja. Ist schön, mit anderen mal zu spielen. Oh, jetzt hast du eine Welle breit getreten. Hey, das kann jeder mit uns spielen. Wir müssen uns nur in Steam mal adden und dann finden wir irgendwann mal einen Termin. Ungefähr. Schaut es aus. Genau. Was auch immer toll war, das war viele, viele Folgen an dieser Fluch, dass du immer zuerst draufgegangen bist. Da konnte passieren, was wollte, du warst immer zuerst der Tote. Ich bin ja froh, dass das irgendwann mal gebrochen wurde. Ja. Warte mal, ich schieße mal gerade auf dich. Hör auf. So, was machen wir jetzt? Hier passiert ja jetzt gerade gar nichts. Tja. Also ich kann machen, was ich will. Nichts. Ich kann auch machen, was ich will. Es passiert nichts. Ah, jetzt habe ich noch. Ah, jetzt. Ja. Tja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, liebe Zuschauer. Jawohl, bis gleich. Bis gleich. Tschüss. So, da sind wir wieder nach einem schnellen Wechsel. Was heißt Wechsel? Ja, war ein bisschen schwer. Ich wollte auch noch irgendwas erzählen. Es war auch noch da, aber durch diesen Neustart ist es wieder weg. Ich weiß auch keiner mehr, worüber wir uns unterhalten haben jetzt. Ich habe von Lag gesprochen, dass das klasse war, mit anderen Leuten zu spielen, hast du erzählt. Ah ja, was auch toll war. Also wirklich eine lange, lange, lange Zeit mal wieder, als wir wieder einen freundlich gesinnten Spieler getroffen haben. Oh ja, wirklich lange, 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 lange Zeit. Das dürfte ungefähr 180 Episoden gewesen sein, oder? Schon runter? Ja, ich bin schon unten schon durch, da ist nichts. Das waren wirklich viele, viele, viele hundert Episoden, glaube ich. Gut, viele hundert Episoden sind schlecht. Ich habe schon einen Mophil. Willst du das mitnehmen? Ja, das nehme ich. Dafür lasse ich auch gerne die Tomate hier. Isst sie doch, bevor du sie da lässt. Gute Vitamine. Warten. Gut, ich habe es noch. Ne, ich habe mich an den Zombie auf 100 Meter gesehen. Welche Richtung ist denn gelaufen? Ach, da. Lauf mir nicht in der Axt. Oh, es ist... Nein! Hier bin ich. Okay. Wieso habe ich denn keinen Ton? Weiß ich nicht. Ich habe keinen Ton. Na! Ganz leise nur. Was ist denn los? Der Pegel verstellt? Nö. Ein bisschen lauter gemacht jetzt. Okay. Wollen wir mal... Weiter die Straße hoch. Äh, das Rohr fällt hoch. Ja, wir gehen die Straße hoch. Lass uns über... Durch die Gebüsche am besten, ne? Ich möchte nicht in der 200. Folge sterben. Bitte, bitte nicht. Oh ja, apropos sterben. Schön war es auch, wie oft du dir an dem einen Bootssteg deine Beine gebrochen hast. Einmal. Vielleicht mal bist du auch nochmal runtergesprungen, hast du erzählt. Wirst du ja auch was brauchen. Vielleicht zweimal, aber das war schon in den ersten 100 Folgen. Das zählt nicht mehr. Das zweite Mal war zwischen 100 und 100. und 200. Ehrlich? Ja. Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ach, aber ich... Dafür umso mehr. Da fahrt ich schon sehr, sehr, sehr. Uh, ich hab den gleichen Helm wie du gefunden. Cool. Mit Visier oder ohne? Ohne. Aber ich nehme erst mal. Eingreif-Truppe aus Gorka. Oh, oh. Oh, was ist das denn für eine schicke Weste? High-Capacity-West? Ne. Oh, egal. Boah, die nehme ich mit. Ja, das war's, wir ist ja nicht. Richtig, da ist richtig viel drin, richtig viel Platz in dem Ding. Brauchst du eigentlich SKS-Munition? Ähm, im Moment nehme ich alles mit, weil ich ja immer noch keine richtige Waffe habe. Das ist doch ein Shotgun, wenn du die haben willst. Nein, das ist keine richtige Waffe. Ah, wunderbar fand ich auch den Moment, als sich die erste AKM in den Händen hielt. Oh ja, das war schön. Wo wir grad bei AKM und automatischen Gewehren sind, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal eine M4 in der Hand hatte. Die ist, glaub ich, weggebacken. Ich glaub, die ist echt gar nicht mehr da, ehrlich. Du hast schon ewig keine mehr, ich hab schon ewig keine mehr gefunden. Die wolltest wahrscheinlich jetzt ja seltener geben. Anscheinend gibt's alles seltener. Guck mal, die laufen mit einem scheiß Kleinkaliber rum, das ist nicht besser wie ein Luftgewehr. Er hat doch mal erzählt, dass er die, ähm, Raffen seltener machen möchte, der Herr Horn. Ja, hat er geschafft. Dafür liegen überall Schrotflinden jetzt rum und Pistolen. Ich kann die Leute mit Pistolen erschlagen, so viel hab ich gefunden. Dann kann man den Leuten gleich mal die neue Zeltstatt da hinten zeigen. Warum bist du jetzt schneller wie ich? Die Zeltstatt hätten das aber nicht neu. Ich hab die jetzt vor ein paar Tagen das erste Mal gesehen. Uh, die hat geschrien, die hat da gerade geschrien. Wo bist du eigentlich? Ich bin hinter dir, wer hat geschrien? Irgendwann haben wir einen Zombo gehört. Zombo. Da geht's weiter. Oh, hier ist noch so ein großes Ding. Mhm. Das ist aber auch nicht neu. Die ist nicht neu. Ich glaub, hier war noch keiner. Hier ist noch alles zu. Aber es hat ja eh nichts zu sagen mit Loot Respawn. Fiegt da keine einzige Knarre hier. Aber noch mehr M4 Munition. Also Munition gibt's für die M4 auch ohne Ende. Essen. Was liegt da hinten? Noch mehr M4. Was hab ich denn hier? Weapon Cleaning Kit. Was zu trinken? Ich trink. Oh, ne Sonnenbrille. Ah, ich hab schon eine. Alter ist Black. Ich hab schon das Black umgesprüht. Ich glaub, die Sporter kann man gar nicht ansprühen. Und noch mehr M4 Munition. Das gibt's doch nicht. Essen. Essen. Und ein Napf. Eine Orange. Immer das mit Äpfeln und Orangen, ne? Ja. Ja, was mich auch, was ich auch sehr toll fand, war dann, und da kam's aber mal vor ein paar Folgen, der große 1,2 Gigabyte Patch. Der hat das, der wirklich vieles richtig gemacht hat. Dann konnte die Zombies wieder mit einem Schlag erwischen. Ähm, sie hatten eine andere Wegfindung. Und es hat alles funktioniert. Dann kommt der nächste Patch. Und es war alles wieder zunichte. Ja, das war, ich fand die Zombies toll, als sie das erste Mal gepatcht haben. Hat Spaß gemacht. Läuft ja auch noch nach. Und jetzt sind sie alle richtig scheiße. Ja, davor waren sie auch scheiße. Und dann kam der große Patch, dann waren sie, wuhu, und dann wieder, bäh. Wahrscheinlich hat sich die in Hall gedacht, oh, die Zombies sind viel zu leicht. Die können gar nicht durch Wände schlagen. Ich mach die mal wieder kaputt. Flagen im Biester. Scheiß Biester. So, dann machen wir noch die Zeltstadt und dann, ähm, war's das mit Folge 200. Ja. War wieder eine Folge, wo wir niemanden getötet haben, wie fast alle. Ja, ich hab auch eigentlich vorgenommen, ich möchte gar nicht mehr so willkürlich drauf losschießen. Ach was. Eigentlich fand ich das gerade, fand ich das auch inspirierend von dem Knaben, der letztens einfach gefragt hat, hey, ist alles in Ordnung und brauchst du Hilfe, etc. Aber der Kerl war so gut ausgerüstet, wie wir es im Moment sind. Wenn auf den jemand geschossen hätte mit der Pistole, hätte das nicht viel gemacht. Dann hätte er den einfach umgebracht. Aber wir sind ja meistens Thresh-Spawns oder haben gerade mal ein Gewehr und haben ein T-Shirt an. Wir können das nicht machen. Wenn wir zu irgendwem hingehen und sagen, hey, wie geht's dir? Und dann knallt er uns ab oder er schlägt uns. Trotzdem könnte man sich an dem Verhalten ja ein bisschen Beispiel nehmen. Eine Scheibe von abschneiden. Wasserflasche ist hier, Handschuhe. Ich bin schon bei den ersten Zelten. Bunker mit der Wasserflasche drin. Wuhu! Ja, das ist doch wichtig. So ein Bunker, da muss man auch was trinken können. Okay, machst du die Zelt-Doppelreihe, dann mach ich die Zelt-Doppelreihe dahinter. Ich hab keine Ahnung, welche Zelt-Doppelreihe du meinst. Bist du direkt zwischen einer Zelt-Doppelreihe? Rechts und links sind Zelt, die sich gegenseitig angucken. Und hinten ist nochmal dieselbe Doppelreihe. Die mach ich dann. Oh! Nein, geh weg! Ich hänge fest im Zelt! Hol die Axt raus und töte ihn. Und er trifft mich natürlich wieder aufs... Das ist wieder das typische, auf zwei Meter Entfernung trifft er. Ah, UK is sold west. Oh, jetzt steckt er die Waffen nicht mehr weg. Nein! Das war das letzte Mal, dass wir diesen Server betreten haben. Chanaurus Wichtel macht's gut. Oh, drei. Also, die wieder. Okay. Das war das letzte Mal. Dann sehen wir uns gleich wieder auf dem nächsten Server. Ja, bis dann. Bis gleich. Macht's gut. Tschüss. Oh. Und dann sind wir zum zweiten Mal wieder. Genau. Weil es hier so schön war, gehen wir gleich nochmal suchen. Ja, ich bin wieder in diesen komischen Zelten hier jetzt gespawnt und hier lag ein Long-Range-Scope und ich schau grad, was ich dafür essen kann, dass ich mitnehme. Dein letztes Hemd. Das hab ich schon längst gegessen. Okay. Was ist denn das hier? Ohne eine Waffe? Oh, ich hab schon lange keine Wasserflasche mehr gesehen. Sonst hab ich's dabei. Es bräuchte nur eine Waffe, wo ich's draufklatschen kann. Also, ich geh da mal zur zweiten Reihe an Zelten, ne? Jetzt mit irgendeiner Zeltreihe. Ich hab keine Ahnung mehr. Wo bist denn du? Geh mal vor der Zelttüre. Warte. Ah, da bist du doch. Ja, hinter dir. Guten Tag. Siehst du das hier? Dieser Gang? Das ist eine Doppelreihe Zelte. Na gut. Oh fuck, da hinten war jemand. Das warst gar nicht du? Ne. Ich guck mal nach unten dahin. Da war einer. Da war einer, da war einer. Hä? Ich dachte, das wärst du. Nein. Da rinnt er, da rinnt er. Hast du ihn gesehen? Ja. Jetzt ist er hinten beim Tarnnetz. Was hat er sich da hingelegt? Da flower? Ja, hinter das Tarnnetz, wie auch immer. Ich kann ihn leider nicht sehen. Nur von hinten anzuschleichen. Scheiße, ich seh ich nicht. Da kann's schon wechseln jetzt. Sterren wir doch noch in Episode 20, ja. Ja, ist noch so ein bisschen Action am Ende, ne? Oh. Und... Ich kann ihn nicht sehen. Wo bist du? Da schreit ich mich gerade von hinten an seine Position heran. An seinen zuletzt vermutet. Das Problem ist, der hat auch diesen Gorka-Helm auf. Das heißt, wir können ihn wahrscheinlich gut nicht erkennen. Scheiße, ich renne jetzt einfach mal los. Ich muss die weg. Ich seh ihn nicht mehr. Ich bin jetzt hinten bei dem kleinen Medical-Zelt. Bin bei dem Wrack. Bin auf der Höhe vom Tarnnetz. Ich renne jetzt auf die Straße hinten rum. Ehe nicht. So, ich bin auf der Straße. Da rennt er noch auf der Straße. Das bin ich. Oh Gott, ich will ihn. Ich bin ja beim Tarnnetz. Ich auch. Bin jetzt hinter den Age-Burriers hier. Er ist weg. Da ist er, da ist er, da ist er. Oh. Wo bist du das? Der hat einen grünen Rucksack auf. Bist du gerade ins erste Zelt rein? Ja. Okay. Du, jetzt fühle ich mich nicht mehr gut. Ja, der ist wahrscheinlich hier hinten durch. Da ist ja ein Loch im Netz. Gehe ich gar nicht. Wo bist du denn? Ich bin jetzt am Tarnnetz. Ja. Okay, der ist wahrscheinlich hier drunter durch und ist hinten in den Wald. Ja, den werden wir nicht finden. Ja, aber er wird uns finden. Ich kenne unser Glück. Oh. Lassen wir jetzt zusammen hier bleiben, ne? Dann will ich jemanden in die Richtung. Was haben hier schönes? Bapp. Ach, da hinten bist du. Scheiße, ich brauche keinen Scope oder so. So ein Mist. Oh, ich habe den Hängenbleiber wieder. Das gibt es doch nicht. Wirklich? Ja. Es lief jetzt die ganze Folge gut und jetzt fängt es an und ich weiß nicht, wo ich bin. Ach, hier. Oh, nur Essen hier. Nur Essen und keine Waffen. Was ist das für ein Militärlager? So, wenn ich jetzt wüsste, welchem Zelt du bist. Ich bin ja gar kein Zelt mehr. Ich renne wieder zurück zur Haarbarriere. Welche Haarbarriere? Hier sind so viele. Die, wo er war. Ah. Ich fürchte mich, dass der immer noch irgendwo hier rummacht. Und ich will nicht von hinten erschossen werden. Wenn, dann von vorne. Ja. Aber weißt du was? Ja? Lass uns diese 200. Episode mit unserem Leben beenden. Ja, okay. Lass uns in irgendeinem Zelt verstecken. Ja, in Ordnung. Ich bin am besten ganz hinten im allerletzten. So. Laufen. Ich bin am Zelt. Ich bin noch nicht am allerletzten Zelt. Wenn ich nicht, wo die rumläuft. Doch, doch. Ich bin ja am letzten Zelt. Ich bin noch nicht am letzten Zelt. Jetzt sehe ich dich. Ah, oh, du bist doch gut. Na dann rein. Oh, ich komme den Eingang. Ich verfehle den Eingang. Na komm. Zu viel Bier getrunken. Ja, wahrscheinlich. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, und dann sehen wir uns in Folge 201 wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen, was ihr gesehen habt. Hinterlasst uns gerne ein Abo. Wir würden uns bedanken. Und bei Anregungen und Fragen, schreibt bitte in die Kommentare, was ihr wollt. Wir lesen alles und wir antworten aufs Gut. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und schaltet wieder ein. Bis dann. Tschüss.